Die Schulterübung Seite heben am Kabel. Häufigster Fehler, zu viel Rotation aus dem Oberkörper, zu viel Schwung aus dem Oberkörper, zu wenig kontrollierte Bewegungsausführung für die seitliche Schultermuskulatur. Ganz wichtig, korrekte Ausführung, gerade stehen, Arm ab der Mitte langsam anheben, ungefähr bis Kinnhöhe, Ellbogen leicht anwinkeln, Handinnenfläche zeigt nach unten. Immer in der Aufwärtsbewegung gleichmäßig ausatmen.